Die Datasette ist im Safe. Die Kombination lautet... Was war das? Ist hier jemand? Ich bin hier, Sir. Ich rede nicht mit Ihnen, Turtlepod. Aber sonst ist doch niemand hier. Weniger widersprechen, mehr rechnen. Apropos, wie weit sind Sie mit Ihrem Datencheck? Oh, jetzt haben Sie mich ganz durcheinander gebracht. Ich muss wohl noch mal von vorne anfangen. Tun Sie es schnell. Puh, das war knapp. Ich muss vorsichtiger sein. Bevor ich die Nachricht überspiele, sollte ich mir zuerst den Code merken. Jetzt ist es leer. Bevor ich die Nachricht... Hm, nichts. Kein Wunder ohne Datasette. Bevor ich die Nach... Hm, kein Wunder ohne Datasette. Logisch. Eine Mini-Datasette. Eine Mini-Datasette. Süß. Ja, richtig süß. Hm. Das wäre erstens extrem verdächtig und würde zwei. Oh, ich hab's. Das Diktilgerät müsste direkt hinter Ihnen auf dem Schreibtisch liegen. Sie imbeziller Formationstrottel. Ich weiß, dass Sie da liegen müsste. Glauben Sie etwa, ich... Beim Warte des Propheten. Langsam werde ich mir schugge. Als wäre dieser Rufus irgendwie ansteckend. Sie dürfen wegtreten, Oppenbot. Danke, Sir. So, jetzt aber. Hm? Nichts. Bist du etwa schon wieder im Eimer, du mieses Drecksgerät? Hallo? Ali, hallo? Sprich mit mir. Hast du gehört? Sprich mit mir. Ali, hallo? Sprich mit mir. Konzentriert. Jetzt ist nicht... Die Datasette befindet sich im Safe. Die Kombination lautet I-M-N-I-D-O-T. Hm? Was soll das denn? Mein Tresor hat doch einen Nummerncode. Sagte ich, I-M-N-I-D-O-T? So ein Unsinn. Korrektur. Die Datasette liegt im Tresor. Der Code lautet 4437. Verflixt. Ich wusste doch, dass eine 7 darin vorkam. Der wird sein blaues Wunder erleben. Ach so, zum... Alles in Ordnung, Herr Amtmann? Hört sich das so an, als sei alles in Ordnung? Ob ein Gott? Gott, du Gott, du Gott. Die verdammten Alarm auf. Aber Sie sind sich schon sicher, dass Sie Sie sind, Sir, oder? Hab kein Wort. Schon gut, schon gut. Welcher Knopf war gleich der für den Alarm? Der hier? Nein. Der? Auch nicht. Der soll sich bei diesem Alarm auch konzentrieren können. Ah, das war dann wohl der richtige Knopf. Geschafft, Herr Amtmann. Na also. Wie konnte es denn zu dem Alleur kommen, wenn ich fragen darf? Tja, wenn ich das wüsste. Ich bin mir sicher, dass ich den Code vom Diktiergerät ordnungsgemäß eingegeben habe. Wenn Sie mich jetzt nicht mehr brauchen. Ja, verschwinden Sie. Weggetreten. Okay. Ja, Herr Scho- Wo ist die Nachricht? Hallo? Ali, hallo? Oh, das liegt woher. Die Datasette befindet sich im Besitz von Rufus, dem lässigsten aller Langfinger. Was soll denn dieser Unsinn? Das kann ich doch unmöglich selbst gesagt haben. Habe ich ja auch nicht. Hör gefälligst richtig zu. Die Datasette befindet sich nicht im Tresor. Sie ist hinter den Schreibtisch gefallen. Oh, na. Das wäre ja nicht das erste Mal. Am besten schaue ich sofort nach. Halt! Stopp! Äh, negativ. Kommando zurück. Gerade ist mir nämlich folgendes wieder eingefallen. Die Datasette verflickt. Okay, das heißt ich muss während der Alarm an ist, beziehungsweise bevor ich den Ausmacher irgendwas machen. Alles hört sich bleiben, aber habe ich schon. Welcher Knopf der hier? Auch nicht der soll. Bevor ich die Nacht... Die Datasette ist im Safe. Kombination notet. Haben Sie etwas gesagt, Herr Amtmann? Was? Äh, nichts. Mist. Solange Oppenbot am Schreibtisch... Ja. Das geht auch. Da kann er ja. Das wäre erstens extrem... Hm. Was soll ich denn hier machen? Ans Fenster? Mhm. Okay. Jetzt nochmal. Schaut. Ich habe mir ja die Qualen verkackert. Oh. Ich kann raus. Und nun? Kann ich hier die Datasette hören? Die Datasette ist im Safe. Die Kombination lautet 4, 4, 7, 3. Aha. 4, 4, 7, 3. Wie Goals Geburtstag. Nein, warte. Der war 4437. Oder 4347? 4711? Naja, egal. Hauptsache man kann es sich gut merken. 44 irgendwas. So ähnlich wie Golds Geburtstag. Ich fühle wie... Die Datasette befindet sich nicht im Tresor. Sie ist hinter den Schreibtisch gefallen. So, wieder rein. Der Schreibtisch. Leben legen. Alarm aus. Hopp, 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 hopp. Er haut ab. Wenn sie ja... Die Datasette. Oh, das wäre am besten. So, jetzt raus. Ah, du Scheiße. Oh Gott, oh Gott. Wieder rein. So. Also, wie... I-M-M... Ne. Ach, verdammt. Ach, bei diesem Lärm kann doch kein Mensch arbeiten. Hoppen, bot. Wieso wurde schon wieder dieser jämmerliche Alarm ausgelöst? Ich weiß es nicht, Herr Amtmann. Worauf warten Sie denn noch? Schalten Sie ihn aus! Ja, jetzt aber. Wie war das denn? Ach ja, Golds... Vier, 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 sieben, drei... Nein, warte. Nicht Golds Geburtstag. Ach ja, das war ja auch nicht Golds Geburtstag. Zum Glück konnte ich mir den noch nie merken. Finally. Die Aufstiegs-Kurz. Ja. Raus. Puh, schön für meine Ohren, ey. Mein Gott. Schau, da ist noch ein Rebell. Los, schnapp ihn dir. Oh, oh. Doch, ne, nicht schon wieder. Oh, Gott, Gott. Wo ist der hin? Wo ist wer hin? Hier ist eben ein Eindringling reingelaufen. Moment mal, da kauert doch jemand. Hey, du, komm sofort da raus. Also dieser Innenarchitekt gehört aber wirklich des Landes verwiesen. Rauskommen, hab ich gesagt. Da geh ich. Oh Gott, auch als Titus... Gott. Herr Amtmann, sind Sie das? Ja. Natürlich bin ich das. Wer denn sonst? Sehen Sie zu, Mann. Sehr wohl, Herr Amtmann. Was für ein Durcheinander. Huh. Hier wurde ich ja gar nicht hin. Da ist es also. Das letzte Hochboot nach Elysium. Ich wette, ich bin schon viel näher am Ziel als die anderen beiden. Ich frage mich, was die so treiben. Ach so. Na gut. Das ist die Nukleinse. Zum Glück scheint der Zehn und der Fisch war da auch schon vorher drin. Von all den Tausenden ist das die eine, die ich in der Anleitung nachschlagen müsste. Klar. Da ist es, was ich rief. Okay, man soll irgendwie ein Goal rankommen. Oh wie, ich komme ja nicht zurück. Braucht ja nicht zu Goal. Ich würde sagen, oh, ein Studel. Ich habe gar nicht gesehen. Na dann, halt aus Goal. Ich bin unterwegs. Okay, ich wollte eigentlich die Folge beenden, aber... So, die Zeit ist abgelaufen. Das war's dann wohl, Rufus. Einen Moment noch. Die anderen beiden... Was zum... Oh, Goal und der andere Rufus. Aua. Komm ich ungelegen? Ganz im Gegenteil. Wir waren gerade dabei, die Kanone auszurichten, um Elysium ein für allemal vom Himmel zu putzen. Bitte, was? Hast du das vermasselt? Au quantro, alter Ego. Ich habe ihm erklärt, dass das nicht nötig ist. Weil du Goal retten kannst, nicht wahr? So gut wie erledigt. Hahaha, nur zu. Ich bin mir sicher, das wird eine ganz große Nummer. Und ob es die wird? Schaut genau hin. Ja, die Nuklein sogar habe ich doch. Oh, oh. Nein. Aber... Verbrennt Ihre Zöpfe! Sägt Ihnen die Beine kurz! Nein! Nein, das kann nicht sein! Das ist Donner! Ich sehe, dass es Donner ist! Wo ist Goal? Äh, keine Ahnung! Und warum hatte Donner Goals Haarfarbe? Hermes! Ah! Das war noch lustiger, als ich gehofft hatte. Aber... Genug gelacht. Wir haben ein Paradies vom Himmel zu schießen. Doc! Nein! Stopp! Es ist zu spät, Rufus. Ich habe dir deine Chance gegeben. Und du? Hast es wieder vermasselt. Na los, Doc! Richte die Kanone aus! Es tut mir leid, Rufus. Nein! Keiner von uns will sterben. Aber genug jetzt! Öffnet das Kanonentor! Aber wir haben doch die Aufschließkruppe. So, Mano! Gut so. Ist die Munitionskammer geschlossen? Wupsi! Das wäre ja fast schiefgegangen, was? Stopp! Stopp! Das könnt ihr doch nicht machen! Ist denn hier wirklich niemand auf meiner Seite? Was schaust du mich so an? Warum sollten sie? Du hast uns ja bereits beeindruckend bewiesen, dass es keine andere Chance mehr gibt. Natürlich gibt es die! Der dritte Rufus kann es immer noch schaffen! Der hat die Aufstiegsruhe schon mal. Ja, nur denn. Hochboot. Da ist es also. Das letzte Hochboot nach Elysium. Was für ein Anblick. Die Aufstiegs-Codes. Endlich. Es bringt alles nichts. Der einzige Weg auf das Hochboot führt und dafür benötigt... Ja, wo muss ich da hin? Ach, da ist ein Knopf. Halt es. Das kann man auch nie sehen. Oh oh. Hä? Nun mal langsam. Willst du wirklich ohne Gold verduften? Gold ist in Sicherheit. Du bist nicht auf dem Laufenden. Bring das Mädchen rein. Hä? Ganz toll. Und da wir das nun glücklich geklärt haben, rück die Aufstiegs-Codes raus. Oder ich lasse deine Freundin tatsächlich vom Turm werfen. Das ist doch Unsinn. Ihre Leiche wurde mit mir vom Kreuzer geworfen. Du leidest offenbar unter Wahnvorstellungen. Werden's bald! Jetzt hört mir doch zu. Ich weiß, dass der dritte Rufus noch da draußen ist. Na und? Er kann alles wieder in Ordnung bringen. Das sagst du immer. Aber du hast noch nie etwas in Ordnung gebracht. Zieh es endlich ein. Er wird auch versagen. Genau wie du. Entschuldige dich bei uns. Und dann können wir endlich weitermachen. Däh. Entschuldigen? Wofür denn? Weißt du das wirklich nicht? Merkst du am Ende gar nicht, was du deinen Freunden antust? Immer und immer wieder? Ist das jetzt wirklich nötig? Ich denke, wir haben Wichtigeres zu tun. Nein, nein. Er muss das lernen. Also, Rufus, wir warten. Du willst mich doch einfach nur demütigen. Versuch nicht, dich rauszuwinden. Es ist an der Zeit, Verantwortung für deine Taten zu übernehmen. Also los. Wir warten. Das ist alles nur ein Ergebnis deiner miesen Verziehung. Und wieder versuchst du die Schuld auf andere abzufälzen. Womit bewiesen wäre, dass man dir nichts, aber auch gar nichts beibringen kann. Du wirst immer derselbe Versager bleiben, der du schon als Kind warst. Danke, sehr nett. Ich bin kein Versager. Und ich bin sehr wohl in der Lage, dazuzulernen. Dann beweise es. Na los, entschuldige dich. Wir warten. Ich wollte doch nur helfen. Jetzt tu mal nicht so. Du wolltest nur dir selber helfen. Ich habe immerhin den Widerstand gegründet. Und ich bin sehr wohl in der Lage, dazuzulernen. Von wem? Du wolltest nur Goal beeindrucken, damit sie dich mit nach Elysium nimmt. Und nicht einmal jetzt, wo du sie auf dem Gewissen hast, bist du bereit, deine Niederlage einzugestehen. Muss Deponia wirklich erst in die Luft fliegen, bevor du einsiehst, dass du allen schadest? Nun machen sie aber mal halblang. Es ist doch nicht seine Schuld, dass der Organon Deponia sprengen will. Das vielleicht nicht. Aber offenbar ist es ihm wichtiger, seinen Kopf durchzusetzen, als die Planetensprengung zu verhindern. Das stimmt doch gar nicht. Das stimmt doch gar nicht. Dann beweise es. Na los, entschuldige dich. Wir warten. Ich werde mich garantiert nicht entschuldigen. Oh doch, das wirst du. Und wenn ich dir dafür die Ohren langziehen muss, müssen sie ihm wirklich so zusetzen. Wir haben es doch alle gesehen. Er hat es vermasselt. Wozu müssen sie ihn denn jetzt noch so quälen? Ich will es von ihm hören. Na los, Rufus. Wir warten. Dann warten wir eben. Der dritte Rufus kann es immer noch schaffen. Und wenn er es geschafft hat, werdet ihr euch bei mir entschuldigen. So, du verdammter. Oh. Siegall, was soll denn das? Das geht entschieden zu weit. Legen Sie die Waffe weg. Ja. Das könnte ihm so passen. Aber ich habe es endgültig satt, mir von dieser Pestbeule auf der Nase rumtanzen zu lassen. Ich will jetzt eine Entschuldigung hören. Laut und deutlich. Wird es bald? Das war alles seine Schuld. Was? Das stimmt doch gar nicht. Gott, der ist. Du bist dreimal mehr Schuld ohne Rückfahrkarte. Ey, das Geld nicht. Wohl. Ruhe. Entschuldigt euch gefälligst. Und zwar beide. Sonst rutscht mir gleich der Finger ab. Dann erschieß mich doch. Dann werden alle sehen, wer hier das Arschloch ist. Du stirbst lieber, als es zuzugeben, was? Aber das könnte dir so passen. Na los. Entschuldigt. Er hat sie doch nicht alle. Warum tut ihr nichts? Was sollen wir denn tun? Er hat eine Waffe. Komm schon, Rufus. Entschuldige dich doch einfach. Dann hat dieser Spuk endlich ein Ende. Ja, ist ja gut. Ist ja schon gut. Ich entschuldige mich. Was? Wieso das denn? Vertrau mir. Wir sollten uns entschuldigen. Hast du was im Auge? Ich verliere langsam die Geduld mit euch beiden. Wieso denn mit mir? Das ist alles seine Schuld. Er hat Wohl auf dem Gewissen. Ja, ja. Und nicht nur das. Er hat Boso's Kutter zerstört. Er hat Boso's Kutter zerstört. Ja, ja, ja. Moment. Bevor wir jetzt weitermachen. Er hat John F. Kennedy erschossen. Mit Sicherheit. Er hat Baby Delfine zu tun für Schwabeleute. Die machen wir in der nächsten Folge weiter. Danke. Er hat John F. Kennedy erschossen. Gucken, wie das hier rausgeht. Ach so meine Güte. Er hat unzählige Brände und Explosionen verursacht. Rufus, ein Klon? Boah, ein dicker Hund. Nun ja, was ihm hier zu Ohren kam, war schon allerhand. Doch nun krempelt schon mal eure Ärmelschoner hoch, weil für Deponia noch Hoffnung bestand. Es sah zwar noch duster auf, doch einer muss ja. Nun mal am Tunnelende die Glühbirnen weg. Sinn und weil viel zu tun war, stieg er in den Klonapparat. War zu dritt, schafft man dreimal so viel weg. Husser dreimal so viel Dreck. Weg, es muss weg heißen.